jo Leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen Video ich bin hier in Olpe und wir fahren paar Trails denn ich möchte natürlich weiterhin für das Enduro rennen trainieren allerdings diesmal kein Thema uphill denn Ausdauertraining mache ich gerade so ein bisschen Pause ist einfach zu anstrengend ihr wisst ja Bescheid aber Kurven fahren und so weiter steht an und einfach der Trails nicht so viel Park deswegen nehmen wir euch heute mit hier Fokus liegt schon bereit und gleich geht's ab auf dem Trail bis gleich viel Spaß beim Video und mit dem Trail bis gleich einfach zu einem schönen Tag und natürlich wird euch das Ziel und natürlich wird euch ein�etasmal und jetzt ist euch das Ziel und immer noch interessiert und das CO2 und das ist das Ziel und das ist alles und es ist auch jetzt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, hier ist kaputt Nach dem ersten lockeren Abrollen sind wir dann direkt nochmal hoch, um noch eine zweite Abfahrt zu machen Weil wir hatten echt nur wenig Zeit an dem Tag, da noch ein Dreh mit den Young Guns ansteht für die Trikotübergabe Also da dürft ihr auf jeden Fall auch gespannt sein auf ein weiteres Video Deswegen abonnieren nicht vergessen, denn da warten noch einige coole Videos auf euch demnächst Ich muss immer wieder feststellen, dass wenn man eine lange Zeit dann wieder nur Parks oder Flowtrails und so gefahren ist Dass so naturbelassene Trails echt was anderes sind Und das Rennen steht ja schon bald an, deswegen muss ich echt mich jetzt zusammenreißen und mehr Trails fahren Aber ich bin einfach ganz ehrlich Leute Das ganze Parkfahren und Flowtrails und Springen und so, das macht mir einfach mehr Spaß Und da das ganze ja ein Hobby ist, was mir einfach unglaublich gut tut Und wo ich einfach den Hauptfokus darauf lege, dass ich eine gute Zeit habe Fällt mir das mittlerweile immer schwerer Vor allem jetzt, wo das Wetter immer besser wird Alter 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber naja, so ist das halt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren, Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.